So, Green Yardle von Oreo Firework oder Feuerwerk. Hat man nicht alle Tage, findet man irgendwie kaum irgendwo. Ist auch ne ziemlich unbekannte Firma wie ich finde. Ich hab davon mal im Sommer-Unboxing eine Sache bestellt. Das war die hier, weil ich sie selber nicht kannte, mal testen wollte. Hat ne NM von stattlichen 194 Gramm auf, wieviel Schuss? Auf 10, nee 16 Schuss. Ist halt nicht ganz ausgereizt, aber wir gucken sie uns einfach mal an. Viel Spaß dabei. Green Yardle von Oreo. Also wenn Green Yardle draufsteht erwarte ich eigentlich auch Grün, aber naja, so waren sie auch ganz nett. Und...